Ich habe euch das nämlich noch gar nicht gezeigt, aber wir haben, wie ihr im Titel vielleicht gelesen habt, wir haben einen neuen Mitbewohner und zwar... Leute, willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg zu meinem Opa und holen vorher noch den David ab, weil wir gehen alle zusammen essen. Und der David sieht zum ersten Mal hier unser neues Auto und wir werden gleich mal ein bisschen Spaß damit haben. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Er ist doch schon mal mitgefahren, oder? Ja, als wir es ausprobiert haben, ist er, glaube ich, mitgefahren. Ja, stimmt. Wir sind sogar schon mal essen gegangen. Aber mal sehen, wie er reactet. Jetzt der Test. Er kommt nicht rein. Er wollte mich nicht reinlassen. Hola! Hola Chico! Como esta? Wir waren ja auch in Zürich und haben Tesla getestet. Am Donnerstag. Model 3? Ja. Und sie hatten den direkten Vergleich zum S und zum 3er. Und die Sitze beim 3er sind einfach viel geiler. Echt? Viel. Die sind einfach so... Die sind so, als würde man so auf Gel sitzen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist richtig, richtig nice. Hallo? Guten Tag, wir fahren gerade los. Okay, ich komme vor die Tür schon raus. Sehr gut, sehr gut. Bis gleich. Tschüss. Das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. So eine Freisprecheinrichtung habe ich ja noch nie gehabt. Das kenne ich ja nur von Mietfahrzeugen. Ich habe übrigens, ich habe nämlich im letzten Blog herausgefunden, dass es da oben so eine Innenraumkamera gibt, die uns der Tesla-Verkäufer nicht gezeigt hat. Aber ich weiß jetzt genau, wofür die ist. Die wollen ja so eine autonome Uber-Flotte und sowas aufbauen. Und das dann, damit der Besitzer von dem Auto gucken kann, ob hier irgendwelche Randale drin getrieben wurden. Crazy, oder? Es ist einfach alles schon eingebaut. Du hast einfach... Du hast eine Dash-Cam, du hast eine Passenger-Cam, du hast einfach... Alles. Das Geräusch. Es gibt ja Leute, die sagen, dass ihnen das Motorengeräusch fehlt, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich ein Musiker bin. Ich finde einfach, es gibt nichts Schöneres als Stille. Ja, das ist einfach die Grundlage. Ja, ich glaube, das ist einfach Gewohnheit. Das ist genau, wie wenn Leute sagen, ja, sie könnten nicht ohne Fleisch leben. Ja, die Verarbeitungsfehler müssen wir noch gucken, wo wir die melden können, ne? Ja. Oder ob man da einfach ein Kleber zugeschickt kriegt und dann sie... Ja, und bei dir auch. Es gibt so vier, fünf Stellen, wo so ein bisschen die schlecht verklebt sind. Oh, Jesus, Alter. Sorry. Boom. Dieser Tesla, nice. Ja, wir haben den einfach benannt. Der heißt jetzt einfach Dieser Tesla. Es haben viele gesagt, wir müssen Driving with Tesla machen. Ja, natürlich. Wir machen nichts anderes als Driving with Tesla die nächsten zehn Jahre. Es gibt kein anderes Auto. Aber die Batterie hält ja nur 75.000 Kilometer. Scheiße. Diese blöden Elektronen. Wer ist das? Das ist der David. Ach, der ist auch dabei. Hast du im Auto gesessen? Das habe ich gar nicht gemerkt. So. Wir sind wieder zurück vom Essen. Wir haben auf der Rückfahrt ein paar Un... Ja. Pfff. Jetzt muss ich ihn jetzt wieder. Interessant. Wir haben nämlich auf der Rückfahrt ein paar Unannehmlichkeiten gehabt. Die Rückfahrkamera hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Und in unsere Einfahrt reinzukommen ohne Rückfahrtkamera ist halt relativ schwierig. Vor allem, weil man halt hinten relativ wenig raus sieht. Und da war die ganze Zeit schwarzes Bild. Aber irgendwie... Jetzt ist wieder Bild da. Ja, nice. Dann hat sich das ja auch erledigt. Und Leute, noch eine ganz, ganz andere Sache. Ich habe euch das nämlich noch gar nicht gezeigt. Aber... Komm mal her. Komm mal her. Komm, okay. Und jetzt mach Sitz. Äh, wie heißt das? Set. Denn, Leute, wir haben, wie ihr im Titel vielleicht gelesen habt, wir haben einen neuen Mitbewohner. Und zwar ist das der liebe Liam. Das, Leute, ist der liebe Liam. Das ist unser neuer Hund. Den haben wir, glaube ich... Wie lange haben wir den? Wir werden den ein halbes Jahr haben. Wir hatten ja vor einer Weile schon mal den Monkey. Und der ist jetzt zum blinden Hund ausgebildet worden. Ich habe ja schon vor ein paar Tagen mal den Liam gezeigt. Aber jetzt haben wir den wirklich für ein halbes Jahr. Wir hatten ja mal den Monkey. Und beim Liam ist das eigentlich genau das gleiche. Der war bei einer Familie. Der kann da leider nicht bleiben. Deswegen muss er jetzt zu einer neuen Familie. Wir behalten den jetzt noch ein halbes Jahr. Und dann geht er in die Ausbildung. Wo haben wir ihn ausgesperrt? Liam? Was sind wir hier? Poste. Gib mal Poste. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid. Das ist unser neues Familienmitglied. Mama, Atera. 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 Puh. Leute, ich habe gerade eben noch Sport gemacht. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch sehen kann. Aber ich habe meine sieben Minuten gemacht. Das heißt, Tag 11 wäre auch geschafft. Schaut, dort geht heute raus an die liebe Jella. Vielen Dank für das Teilen des Vlogs in deiner Story. Wenn ihr auch einen Shoutout bekommen wollt, dann repostet einfach diesen Vlog hier in eurer Insta-Story und markiert mich darin. Morgen ist wieder Schulanfang. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich das hinkriege mit den Vlogs. Aber Leute, bis dahin. Vergesst nicht zu teilen, zu liken, zu abonnieren. Und wir sehen uns dann morgen hoffentlich zu einem weiteren Daily Book wieder. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.